hallo und herzlich willkommen zurück bei Red Dead Redemption 2 wir wollen da in eine Quest starten von Dutch einfach mal ein bisschen vorwärts kommen ja 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 überschreibt das alles gut starten erst die Quest von Dutch und gehen dann später mal nach Valentine und dem Brief den wir bekommen haben nach das ganze Welt ist verändert und sie wollen nicht mehr Leute wie uns wir sind wir sind wir sind wir sind wir sind wir sind nur die die Feeblest of man take jobs in the government I hope so trust Dutch Mr. Morgan you have to they got Micah Dutch Arthur what's going on they got Micah he he's been arrested for murder he was in strawberry it's okay son breathe they nearly lynched me they got Micah and the sheriffs in strawberry and there's talk of hanging them ears open Arthur what the fool brought this on himself you know my feelings about him Dutch you think I can't see past his bluster to the heart inside he is a fine man no I ain't saving that fool I can't go my face will be all over West Elizabeth I am asking he would do it for you I don't think he would but fine alright Arthur you okay Lenny yeah of course I'm okay you don't seem okay you take that kid into town valentine not strawberry get him drunk and Arthur no crazy business I've given that up and you get Micah out of that jail come on son I'll get to it Dutch you just can't drop everything well then we'll get to it let's go 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 Micah's got a crazy side off what are you boys doing you're supposed to be scouting ahead for us I kept asking him what we was doing but he was you worried too much kid just just some business to attend to kid you know how he is yes I do he was half soaked before we even got there then we ran into some fellas one of them Micah knew drank some more and this is supposed to be a dry town we're in too and he shoots one of them I know how that goes couldn't even tell you quite how happened like the strike of a match the law was on his fast too they was ready to strangle me up there and then but I got away just about you're alright now we'll take care of it so you gonna go get him? I'll come with you nah you leave it to me for now let's drink some forget about Micah it was drank that started all this we'll just have a cup settle you down then head back okay? okay now I should warn you me and a couple of the other boys we got in the bed of a fight last time we were here what kind of fight? oh nothing bad we kept it clean, we're all good if you say so Arthur haha yeah I remember that we've already had one again well not in the saloon itself but with one out of the saloon strawberry strawberry I have to play a little Five Finger Fillet so that I can solve the challenge here we are what the rush? you got a problem with me you got a problem with me huh? 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 just one or two right Arthur? of course just a drink no big drama can we get a couple beers please? you! I don't want no trouble! you'll get none from me I was defending myself Tommy he's he'll be fine here have one for yourself thank you huh? Micah seemed to know a lot of people yeah that was the problem how you mean? I mean I done seen a lot of crazy crazy stuff a lot of crazy crazy stuff will you shut up? will you shut up? will you shut up? be quiet buddy they're dullers! my lord you men is dull you need his fool alone leave the fool alone? people have been leaving me alone for the last ten listen buddy you're a charming fellow one of the best but me and the kid here we're trying to talk business so could you possibly leave us alone? no offense intended eh? no pleasing some folk we're trying to be friendly 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 oh god oh god you should be a partwing but that's great partwing Lenny, Lenny, where are you? have you seen that fellow I was with? I'm afraid I don't know Lenny, where are you? Lenny! hey Lenny! Lenny? I can't find my friend you know where he went? I don't know I'm sorry you know which way my friend went? don't ask me he's lost there Lenny? Ah! Get out! Sorry. Hey, you see my friend anywhere? I don't know, Alex. What are you doing, kid? Hello, Alfa. Hi, Alfa. You know what? I don't know what I'm supposed to. Get away from the middle of this. Oh, that happened. That's the thing, you see, because if... Lenny? Lenny? Get away from me! Now! We'll sliver in my situation! You didn't hear, Lenny! Come on! Get him! Get him! Get down from there! Lenny, wait! Where are you at? Hey! You know where Lenny is? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Come here. Lenny! Leave the killing alone, you goddamn animals! Who do you think you're talking to? Nobody. I'm talking to nobody. What did you say? What? I said, what did you say? Get off, buddy! Shut up, mister! Yeah! Shut your mouth, mister! Ooh! Fuck! Fuck! Ugh. Fuck! das Ding. Lenny! We get it! Lenny! Bastard! Lenny, my boy! Do I look like a Lenny to you? Ha ha! Found you Lenny! Lenny? Maybe you should switch to water, my friend. Call Lenny! You look like Lenny. Lenny! How many have you had, pal? A few too many. Damn it Lenny, stop thumping off on me! I'm Clyde. You got the wrong fella. Lenny, where are you hiding now? Lenny! Why are you hiding? He egoist, Hema! Heeeey! 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 Oh, 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 oh! Hey, you are a lady. Oh, 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 oh! Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Du bist ein guter Freund zu mir, Arthur. Ja! Cheers! Cheers! Nicht du wieder! Ja! Nein, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Nein, Gott, nein. Oh, Lenni. Oh, jetzt sind wir alle festgenommen. Ist der Tag mir alive? You! Stop right now, you drunken fool! Ich hab' ich gesagt, stop! Lass! 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 Hi, guys! You alive? Arthur? Are you alive, Arthur? Uh, I want to die. Yeah, for sure. What did we do? I don't know. Oh, me neither. You paired degenerates. There's a fine for drunken violence in this town. You're just lucky no one was killed. Hey, we didn't start a thing. Yes, you did. Well, I don't remember. Either you fools got any money? It's $10 and you're free to walk. Sure. Now, get out of here. I won't see either you around here no more. Yeah, that was a quiet drink. The first one was pretty quiet. Yeah, the first one was pretty quiet. At least it took your mind off of goddamn Mikey. Well, that's certainly true. I've got to get out of here. I'm just going to have a little sit down and feel sorry for myself. Yeah, the poor boy is slowly. Oh, the sound is so good. Oh, that was good. Well, come on. Okay, dann essen wir was. Vorräte. Ich brauche nur ein wenig Ausdauer. Ganz anders. Ah, das ist gut. Möhre. Ist die Möhre. Ich brauche mich doch jetzt eigentlich. Achso, das ist Pferd aus dem. Tolle Wurst. Konsum-Ausdauer-Erfahrung. Was denn? Ach, mein Gott. Ich kann irgendwie nicht mehr. Ich kann irgendwie nicht mehr. Morgen. You're doing the Lord's work. So, na, oh, Michael können wir uns später. Oh, ich muss mich... Ich kann mal ausführen. Geht grad nicht. Was kannst du denn jetzt hier herstellen? Kaffee. Ich bin davon dabei. Ach, jetzt habe ich den Pfeil mit drin. Das ist gut. Jetzt brauche ich nur Schwungfedern. Pfeil- und Flind-Munition. Was kann das ganze Zeug jetzt her? Zielsuchender Tamahawk. Rezept ist noch unbekannt. Okay. Habe ich auch noch keine Rezepte. Ich muss auch hier für die Fälle selber. Wie sieht Mary... ...Louise oder so? Oh, komm, wir machen mal ein Nickerchen. Oh, gut. Erst mal baden. Erst mal baden. Diesmal waschen wir uns richtig. Äh, Luxusbad. Ach, ja, komm. Ah, sounds good. Yeah, thanks. Die kennen wir ja schon. Ja, aber mit Damarsprossen echt kich gehabt, wa? Ah, okay. Natürlich, wir waschen alles. Das Geräusch sagt mir, dass wir fertig gebanet sind. Können wir dich noch ein bisschen um ein. Erspannten Schultern. Ich zeige euch kurz auf die Stirn. Das ist Luxus. Jetzt gehen wir noch mal eben nach oben und machen ein kurzes Hinkelchen. Was ist denn das für eine Gestöne da oben? Was ist das für eine Gestöne da oben? Da ist wohl noch einer ein bisschen betrunken. Ich soll was drin. Ich werde von uns das nicht umziehen. Ich werde ganz gerne noch ein anderes Outfit. Durchschnittliche Temperaturen. Und äh. Ich werde gleich noch mal machen. Bis zum nächsten Morgen. 20 Stunden, danach sollte Arthur wieder fit sein. Das war eine geile Quest. Ach schön. Der beste Sauferabend der Welt. Das ist immer noch da. Ja. Der Raum war in Ordnung. So, und die ist da oben irgendwo. Das war dann noch mal. Ja. This is calm first, huh? Mist! Ich habe mich wieder auf einen getötet, den ich nicht mehr töten wollte, weil er auch nicht zugebracht ist. Na ja, gut. Sechs Wurstmesser. Ich muss mir mal beim Schmied ein paar mehr holen. Er hat von zehn Sekunden drei Tüten mit dem Wurstmesser getreten. So, gucken wir mal. Uh, da habe ich schon wieder verloren. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh! Hallo, Arthur. Mary? I heard you and your friends was around. I... Okay. Where's what's his name? Died. Well, I'm sorry to hear that. Yeah. Me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business? Sure. So, uh... You been... You been made a widow and you come here looking for me, is that it? No. Ain't like that, Arthur. Okay. Okay. I... My family. I need your help. You mean the family that always look down on me? You want me to help? It's my little brother, Jamie. I always liked Jamie. At least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart? Don't make me beg you, Arthur. My money, my life, me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians. That strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family. But it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but... But I think of you often. Yeah. A long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Please, Arthur. Will you help me? That's really helpful. Where is he? Somewhere out near Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest area. I just want him back, Arthur. If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. You already owe me. I didn't think so. I didn't think so. I'll see you on the card. While the Delta Val here comes. And... Ach, du Schande. What's in here Fort Wallace? There he is. We've got to set. A little more money, I have to make three Städte out. I'll see you on the card. I'm gonna get a good job. Okay, boy. Ich verpiss mich mal so schnell wie es geht. Eigentlich könnte ich sagen, was wäre Quest, wenn ich die Folge jetzt verwenden, aber ich habe jetzt die Folgenlänge nun mal auf dem Niveau. Dann halte ich das noch erstmal bei, was diese Quest werden wir auf jeden Fall noch machen. So, das kann sie wieder wegstecken. So, Moment, da die und da bitte die Doppelläufiger. Da bleiben wir bei dem Nacko. Raindrops, Midnights bis Kilo. Lustig, dass der Kettleman. Oh, Link, besser rüberfüllen. Da, aber ein Kettleman, rüberfüllen. Da, aber ein Kettleman, rüberfüllen. Ja. Doch, was Nassi, da, wo? Faltes Haare. ich brauche Schwungfedern, Schwungfedern bekomme ich von jeglichen Föbeln, die ich irgendwie erledige, damit ich die kleinen Dirt-Pfeile bekomme, damit ich dann das perfekte Hasenfell kriege. Drei Stück. Das sollte nicht das große Problem sein, dafür muss ich nur ein paar Föbeln finden. Das ist schon wieder ein Feuerchen. So, Truthähne zählen ja nicht. Das müssen kleine Föbeln sein. Easy now. Listen up, this is my camp. Get lost. Time for you to get the hell out of here. You don't like visitors, huh? Get the hell out of here. I ain't here to cause trouble. Okay. Der macht tatsächlich für keine Fremden. Macht mich noch wie und wo ich diese Dinosaurier-Knochen finden soll. Da war mal für Ugel. Ach, Balthasar. Balthasar. Ach, Balthasar. Gut, dass ich die Pferde wiederbelebe hab. Ach, Balthasar. Ach, Balthasar. War ein armes, 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 armes Tierchen. Weil ich mich anderweitig beschäftigt habe. Ich muss dich mal füttern. Das war nur, weil ich mich auf die scheiß Vögel konzentriert habe. Oh, das tut mir sehr, sehr leid, mein kleiner Freund. Ob Askai wozu Hopfeln zählen? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, okay. Easy, easy! Einmal streicheln. Es triggert, wir sind zu spät, aber. Hinter euch hier ist ein Abgrund für, nun mal so, nebenbei. Aber sie wünschst uns? All right. Das war ein Abgrund für mich. Ein Abgrund für wichtiges Mittel? Ist das nicht so, gibt es? Ich muss die Gekäste sagen! Aber die sind nicht lange, hast du gewollt. Die Gekäste war mit ihm. Die Gekäste war eine Hand, Balthasar. Das Handeln in Wahrheit an. Ich habe einen Weg gewählt. Der Junge hat einen Weg gewählt. Er hat die Sicherheit gewählt. Welchen Weg hast du gewählt, Sir? Ich werde gleich auf die Schnauze zerhauen. Ich weiß nicht, dass ich dieses Nichtsinn bin. Lass mich mit dem Junge sprechen. Du bist immer so negativ und antagonistisch, Sir? Ich werde gleich noch viel antagonistischer. Ja. Nur wenn du mit Idioten beschäftigst. Jetzt lass mich mit dem Junge sprechen. Ich werde mich verlieren mit dir. Ich werde mich verlieren mit dir. Verdammt lunatisch. Lass ihn allein. Das ist genug, Arthur. Ich kann es nicht. Das ist schrecklich. Du bist besser als das. Besser als was? Besser als in Paradies? Besser als in die Böden denken, dass diese Böden nichts über Paradies wissen. Lass mich dich nach Hause. Du bist ein schade Mann, Arthur. Du bist ein wirklich schade Mann. Klar, aber komm nach Hause. Nicht eine Chance! Lass mich allein, Arthur! Ich hab dich doch gehabt. Ja. 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 Ich muss viel besser sein als der. Sorry. Ja. Du benutzt nur einfach dich. Ich muss dir keine Ahnung. Was willst du hören? Qu'est-ce que du weißt, Arthur? Stop, reden wir über das. Ich würde das nur gut machen. Komm schon, Jamie, deine Freundin ist über dich. Ich werde dich antworten. Ich denke, sie sind fast. Ich werde dich antworten. Und das letzte Hemd их, die der Rüfte mit den anderen Menschen? Sie sind meine Freunde. Ja. Na, komm mir! Wenn du mich nicht alleine fühlst, würde ich dich antworten! Das ganzepaling? Du bist kein Bunchacher. Du bist nicht das. Du wirst die Leute sein. Ich komme mir noch nicht näher, ne? Bleib mir allein! Bitte, Kind. Schrauben die Schrauben. Ich versuche dich, Arthur! Ich werde... Ich will nicht mehr leben! Kind, einfach schrauben dich. Bleib mir allein! Wird er sich selbst erschießen? Hallo? Ja. Aber eine Sache, ich weiß. Es ist kein Schämen zu suchen für eine bessere Welt. Ich wünsche dich, Arthur. Sind wir und Mary wieder auf uns? Oh, nein. Das war ein lange Zeit, Son. Ja! Oh, das war nicht so, wie ich heute gedacht hätte. Es ist ein lange Zeit, Jamie Gillis. Du warst ein Kind das letzte Mal, ich sah dich. Das war es so, ich konnte nicht. Du bist so, wie ich mich erzählen. Ich wusste nicht, wie ich mich anstehieren. Du bist so, wie ich mich ein bisschen schraubt. Das war nicht so, was ich. Sie sind sehr, sehr gut zu mir. Sie sind. Ich bin sicher. Es geht mir. Aber bitte, sie sind mir nicht geachtet. Ich habe mich nicht mehr Geld. Natürlich war ich. Sie sind. Sie haben Aufmerksamkeit. Sie sind. Jesus, Jamie. Komm schon. Ich wollte nur glauben, Ich glaube, dass da etwas gut sein könnte. Ich glaube, das ist tot in der Wasser. Mit dem Turtles. Hör auf. All das Vater meines Erachtens war, dass du nichts anst. Du bist nicht genug von einem Mann. Ich musste rausgehen. Ich konnte dich nicht mehr mehr nehmen. Entschuldigung, aber dein Vater ist ein Böder und ein Böder. Nicht zuhören. Hey, nicht über ihn so sprechen. Was willst du mir sagen, Jamie? Er ist ein guter Vater? Ein guter Mann? Er wird nicht glücklich, dass ich dich gesehen habe. Bitte sende ihn meine Schmerzen Begrüß. Das Problem ist, er ist richtig. Ich bin nicht gut bei nichts. Komm schon, das ist nicht wahr. Sag mir etwas, was du möchtest. Um, also, um... Nicht zu viel denken. Apples, ich glaube. Apples? Ja, ich liebe Apples. Okay. Ich denke, ich bin mehr über die Linie von Karpentrie, oder Horsen, oder so. Aber, okay, dann arbeiten wir in der Orchard. In diesem Fall, du musst wirklich lieben, Schmerzen und robben Menschen. Ich liebe nur, Schmerzen, junger Idioten zu gehen, wenn ich versuchen, sie zu helfen. Der Vater meinte, was du tun hast. Ich bin sicher, er hat. Du bist noch mit Dutch und... was er Name? Hester? Jose, ja, noch immer das gleiche. Sort of. Und Annabelle und Bessie? Ich bin Angst, sie sind tot. Shit. Vielleicht Mary hat die richtige Wahl gemacht. Keine Werte. Aber nichts davon ist wie das nonsensische, die du in den Journalisten liest. Also, sind wir zwei zusammengekommen? Ich habe gesagt, oh. Ich habe nur gefragt, ob ich mich für ein Geist. Du kennst, dass Barry Linten tot ist? Pneumonia. Hier sind wir. Sie müssen warten, in der Mitte. Da war's zum Untersuchung, das muss gar nichts mehr tun. Jamie! Come home, please. You've... Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. Und ich hab dir auch einen Dienst erwiesen. Dann das Hallo, schneller Abschied, ja? Ich hab... Du bist... Oh, du wirst niemals verändern. Ich weiß das. Das ist echt nicht so wert. Der Patron hat ja nicht immer genug gemacht, ne? Das ist doch auch nicht unbedingt... Nee, das ist... ... Verabschiedung. Nicht mal ein Danke. Mit diesem Augenabschied und schönen Bild Ich abschiede mich aus der aktuellen Folge Und dann sehen wir uns in der nächsten wieder Bis dahin, euer Staffel